Warte, ein Foto, ein Foto, allein. Schadenhygiene ist das A und WU. Backbar. Diverse Mischbrot, Toastbrot, Kneckenbrot, Croissants und süßes Gepäck. Wer ist noch mal vor Ort? Mr. Cracker Podcast Folge X. Ah no, what's with me? Heute in Würzburg, wunderschöne Menschen, Steinpilz-Suppe und Keilerbier. Es geht wegen Rinderrücken, meine Damen und Herren. Ein Applaus zum Wohl, Marie. Er hat. Kommt auf ihn. Ob das wohl leer ist, wo soll ich reinstoßen? Wohl, der сможet ist. Randabrum mit Setschef. 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 Und das zweite Highlight des heutigen Tages ist, dass wir auch kein DJing machen müssen, denn wir haben ja DJ Ernie Rico. Was ihr gleich in dem Video mal gerade sehen... Wow! 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 Für euch, Bernd von meinem Podcast, da war ich drinnen beim Talgo Open. Mit Sören? Stimmt. Nee. Stimmt, da war Marie schon drin als rasende Reporterin Carla Komarianegger. Mach's ab! Mr. Gregor Podcast! Hallo, hallo! 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 Hallo, hallo! 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 Haa! Wie lange haben wir gerade gespielt? Christia! War das mit mir? Wie lange haben wir gespielt? Sag mal, weiß ich gar nicht. Nein. Ja. Sehr schön, dass schon ein paar den Weg nach unten gefunden haben, würde ich sagen, Marie. Wie siehst du das? Ich finde das gut. Ich würde gerne unseren späteren DJ und derzeitigen Bandmanager, du hast dich in diese Verantwortung begeben dazu, um bitten, mir ein Glas Wasser zu bringen, jetzt. Nein. Hallo, meine Damen und Herren, wir sind hier im Goatel. Ghost. 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 Bl shady. Ghost. Yes! Kyler!